Herr Professor Wiesenthal, Sie haben gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Demografiekommission der Heinrich-Böll-Stiftung die bestehenden Rentensysteme analysiert und nun auch einen Bericht vorgelegt. Zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen? Ja, in gewissem Sinne haben uns die Ergebnisse selbst überrascht. Wir haben festgestellt, dass der Blick auf die letzten zehn Jahre der Alterssicherung in Deutschland doch zu einem wesentlich positiveren Eindruck von der gesetzlichen Rentenversicherung geführt hat, als es der Stimmung um 2001, 2002 entsprach, die damals von der rot-grünen Koalition aus einer skeptischen Betrachtung der gesetzlichen Rentenversicherung ja zur Einführung der Riester-Rente, also als weiterer Säule, und zwar als kapitalbasierte Säule der Rentenversicherung geführt hat. Allerdings, jetzt nachdem über zwölf Jahre vergangen sind, stellt sich heraus, dass das Zusammentreffen von drei Trends in der gesellschaftlichen Entwicklung, die das gesamte System der gesetzlichen Rentenversicherung doch vor Herausforderungen stellen. Das eine ist die Verbreitung diskontinuierlicher Erwerbsbiografien, bei denen immer weniger Versicherte so viele Rentenbeiträge einzahlen können, dass sie eine auskömmliche Altersrente erwarten können. Das zweite ist der steigende Altenquotient, dass einfach das Verhältnis der Rentenbezieher zu den Beitragsleistenden immer ungünstiger wird. Und das dritte ist der demografische Wandel mit seinen finanziellen Restriktionen, die ja auch durch das Bestehen der Schuldenbremse im Grundgesetz errichtet sind, die es schwer machen, das durch Schuldenaufnahme auszugleichen, was an erhöhtem Finanzbedarf in der Alterssicherung entsteht. Daraus, nicht zuletzt aus diesen Gründen, ist ja die Bundesregierung Ende 2011 in Gestalt von der Arbeitsministerin von der Leyen auf die Idee gekommen, eine Zuschussrente einzuführen, vorzuschlagen für diejenigen, deren niedrige Rente nicht mehr das Grundsicherungsniveau erreicht. An diesem Punkt sagt die Kommission aber, dass diese Verletzung eines grundlegenden Prinzips der gesetzlichen Rentenversicherung auf die Dauer mehr Schaden anrichtet, als dadurch gewonnen werden kann. Nämlich das Prinzip, dass die Rentenzahlungen ein direkte proportionales Verhältnis aufweisen zu den Rentenbeiträgen, also das sogenannte Äquivalenzprinzip. Wir wollen, dass die Inanspruchnahme der Grundsicherung im Alter als Bürgerrecht, als selbstverständliches Bürgerrecht gestärkt wird. Wir wollen dafür die Position der Antragsteller stärken durch bessere Informationen, durch Beratungsleistungen, durch Ombudsleute und auch durch moderne Formen der bürgernahen Verwaltungsmodernisierung sowie auch der aufsuchenden Sozialarbeit, was heißt, dass man nicht buchstäblich alleine ins Amt gehen muss, um sein Recht zu erhalten. Das heißt also, wir brauchen eine Renaissance der gesetzlichen Rentenversicherung. Wie könnte diese herbeigeführt werden? Eine Möglichkeit, die gesetzliche Rentenversicherung weiter zu stärken, ist die Ausweitung des Pflichtversicherungsprinzips auf weitere Personengruppen, die jetzt noch nicht Versicherte der GAV sind. In Frage kommen in erster Linie Selbstständige und in zweiter Linie Beamte, wobei wir natürlich Probleme mit dem geltenden Beamtenrecht haben, aber es gibt möglicherweise Einstiegsformen, in denen man neue Beschäftigte im öffentlichen Dienst ins Angestelltenverhältnis übernimmt und den Beamtenstatus sozusagen schrittweise austrocknen lässt oder nur für ganz wenige hoheitliche Aufgaben reserviert. Ob man damit schrittweise zu einer Bürgerversicherung kommt, lässt sich auf mittlere Sicht nicht unbedingt positiv beantworten, weil es ja im Bereich der Selbstständigen auch verschiedene berufsständige Versorgungswerke gibt und die Frage ihrer Aufhebung oder Ersetzung durch die gesetzliche Rentenversicherung eine sehr schwierige rechtliche Frage ist, die man nicht vorschnell beantworten kann. Welche weiteren Weichenstellungen sind erforderlich, um eine sichere und faire Altersversorgung für alle zu gewährleisten? Wir möchten, dass die drei Säulen, also die gesetzliche, die betriebliche Altersvorsorge und die Riester-Rente in einem Verhältnis zueinander justiert werden, dass nicht die Entwicklung der einen Säule, zum Beispiel der Riester-Rente oder der betrieblichen Altersvorsorge, auf Kosten einer anderen, nämlich der gesetzlichen, verläuft. Wir wollen, dass die Möglichkeit gegeben ist, gleichzeitig mit dem Rekurs auf zusätzliche Leistungen aus der Grundsicherung im Alter jeden Effekt von Stigmatisierung auszuschalten und wir wollen drittens, dass die zwei kapitalbasierten Säulen von ihren derzeitigen Problemen, die sie teilweise haben, also vor allem die Riester-Rente leidet unter mangelnder Markttransparenz, mangelnder Mindestrendite und ähnlichen Problemen, dass sie davon bereinigt werden und es wirklich drei gleichberechtigte Säulen sind, die in ihrem Zusammenwirken dann den Alterssicherungsschutz ergeben, aber nicht dadurch, dass die einen auf Kosten der anderen weiterentwickelt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.